hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge borderlands 3 mit dem dranken man der steht gerade am verkaufsautomat und verkauft und verkäuft mit mit was das denn da zwei planeten mit einer wasserrutsche verbinden die die jetzt noch nicht zu sehen sind macht sich ja zwischendurch unsichtbar und wird irgendwie kleiner ob das frage nur schrott mir gibt dich zur sanctuary ok ja warte dann lass uns aber noch den dingen zu holen das block ja richtig die die beute wo ist denn hier wo ist denn nix da ich seh nix auf meiner map aber ist ok ok dann ziehe ich das eben nur auf meiner map naja vermutlich sprinte 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 warte mal wo muss ich denn da muss naja wir können hier runter so gibt es nicht so so super boy was gibt es immer noch wo wir dann schon super beute gegner ja was du meinst dass ich weiß was du meinst weltboss weltboss kartenboss meine ahnung bestimmt aber ich weiß nicht wo der ist ich auch nicht waren wir hier schon ach so eben war es dunkel was schießt hier ja das kommt wie so ein schiff lasst das blut fließen hä was soll das denn das ist immer so gut wenn die ihren sprengstoff fallen lassen und dann alle in die luft jahren so was soll denn jetzt hier ach komm legendary ich muss dringend mal gucken aber auf jeden fall einiges dabei was besseres als meins das jacobs scharfschützengewehr zum beispiel alter der schaden ja enttäuschend was hast du jetzt schon wieder gemacht komm mal her zu mir ich mach mal ein wettrennen wer traut sich weiter nein wieso hast du schiss ja dann sterbe ich will ich nicht will ich sterben ich will nicht so was wir müssen zu sanctuary ja oh hier liegt noch was blaues nehm ich mit es riecht nach einem port yes ja abbilden kann tschüss tschüss komisches schiff und es riecht nach einer neuen kiste oh ja es riecht nach einer neuen kiste nach einer goldenen schüsselkiste oh das wäre gut ja kammerjäger clay meinte die operation war erfolgreich und ich habe ebenfalls gute neuigkeiten ich weiß wo das dritte fragment ist direkt unter der schnauze der harpier was hast du lange nicht mehr gemacht haben ne kiste auf komische geräusche komische geräusche ja ok warte mal ich hab einen komplett neuen skin gehabt eben hoi so erstmal grad verkaufen dann geh ich mal zu marcus und äh zum dingens wer ist jetzt Earl so cool kommst weg ich glaub ich eh gleich weg ich nicht es tut einem immer so weh ne die dinger zu verkaufen ey naja ich komm mit klar ich weiß halt nicht was ich mit meinem scharfschützengewehr machen soll das ist so viel stärker was ich hier habe vor allem auf meinem ist minus 32 waffenschaden ist total dämlich was ich ausgerüstet hab warte ich befrage das du äh nein noch nicht bin ausgerüstet ah ja ich geh mal zu Earl ich muss halt antesten das geht nicht anders zu Earl? ja nochmal reingucken weil gute idee scheiße warum hat er eigentlich scharfschützengewehr ne leider nicht haben wir hier kann ich mir sowieso nicht leisten wollen wir auch nicht gucken ey ne ne das ist nix für mich ich mach mal ne kiste auf also hier ne goldene jo mach mal wenn du gucken willst ja weiter ich hab mich verlaufen keine sorge ich hab die scheiße unter verschluss aber wer hat die quest hier abgeben oder ja da müssen wir denn hin wahrscheinlich nach hier oben nicht da hä das ist bei Tennis oder? ja kann ja nichts geben ja auch nicht der hat mir zwei wochen sturm ich weiß dass du alles schaffst ganz gleich was wir dir aufwürden oh er wird aufgestiegen oh ich hab ne epische knarre bekommen er wird aufwürden ey wo ist sie ach da er wird aufwürden oh wow was ist das non voshepyfell was soll das heißen ja man muss halt gucken wir haben ja man muss halt gucken sieht gut aus Und wir müssen irgendwas tun, sonst kriegen die Kalypsos genau, was sie wollen. Das weiß ich. Tennis, ich vertraue dir. Du entscheidest. Danke, Lilith. Und Ava? Menschliche Emotionen sind nicht mein Spezialgebiet. Aber ich muss das Offensichtliche aussprechen. Troy Kalypso hat Maya getötet, nicht Lilith. Da draußen wird noch genug gekämpft. Das ist vielleicht nicht die Familie, die du wolltest. Aber es ist die, die du hast. Tennis, ich... Sie kommt schon dahinter. Wie lautet der Plan, Lilith? Wayne Wright, er weiß, wo das letzte Schlüsselfragment ist. Auf zur Kammer. Wenn die Kalypsos diesmal kommen, werden wir bereits... Da ist auf jeden Fall besser, dass da... Aber wo ist denn jetzt... Da habe ich den noch ausgerüstet. Was einem gestohlen wurde. Viel Glück, Kammerjäger. Noch ausgerüstet? Keine Angst. Pass auf das Schiff auf. Alter, ich will Questen zentieren wieder. Ich bin gerade dabei, diesen Kanon-Sprachprozessor zu installieren, um eine neue Clip-Trap-Freundin einzuschalten. Wenn sie erstmal eingeschaltet ist, bleibt sie für immer meine beste Freundin. Und ich bin nie wieder einzig. Ha. Machst du ein Kiss auf? Nee. Alles gleich. Sprich mit Rain-Ride. Ist der hier? Nein, das ist doch der Jacobs-Typ da. So, der ist in seiner Wille, ne? Okay. Bist du am Zocken? Bist du bei Moxie? Nein. Ich dachte schon. Ja schon, ich müsste dich wieder retten. Ich gehe noch eine Quest anholen. Aber mich nervt, dass sie das hier so ein Ding ist. Sie ist etwas Besonderes. Es gibt nichts Vergleichbares. Sie verdient das beste Zeit, dass wir den Toten treten hätten. Privatsphäre? Hä? War schon gemacht. Okay, ich mache mal eine Kiste auf, ja? Okay. So, wo sind wir denn hier? Da. Moment. Blablabblab. Hm. Hm. Sind nicht für Knarren. Shotgun. Ja, gut, okay. Nein, die könnte ganz gut sein, tatsächlich. Neue Granate. Oh, die Biefgranaten. Ist gut, die könnte gut sein. Ne, ich glaube jetzt nicht wirklich was. Hast du irgendetwas, den du nicht brauchst? Und dropp mal. Waffe. Ja. Joa. Warte, ich guck mal gerade. Krieg brauche ich nicht. Nur mal kurz bei Marcus. Das ist ganz cool, glaube ich. Das ist ganz cool, glaube ich. Das ist ganz cool, glaube ich. Level 33 kann ich noch nicht benutzen. Das ist ganz cool. Wo ist denn meine Einer? Hab ich die nicht verkauft? Scheiße, wer ist das? Die behalte ich mal. Ich bin wirklich enttäuschend. Ja. Sollen wir weitermachen? Ja. Ich muss noch gerade verkaufen. Ich bin noch gerade an meinen Tresor gehen. Wieder zurück nach Eden 6. Ja, wir müssen jetzt so rein weit. Ah ja, okay. Zonenfortschritt 32 Prozent. Achso, warte mal. Planetenfortschritt. Galaxiefortschritt 33 Prozent. Oh, wow. Wir haben noch viel vor uns. Warte, ich gehe noch gerade in meinen Bankaccount. Mhm. Wieso kann ich denn nicht rein? Das ist, weil wir zusammen in einem Spiel sind. Da komme ich nicht in meinen Account. In meinen Bankringens rein. Vermutlich. Das ist ja jetzt. Na gut, für mich. Oder warte mal, jetzt auch noch was. Warst du am falschen Schrank? Ich würde lachen. Ja. Ich wusste, dass es zwei gibt. Oh nein. Mann, oh. Ich bin verdummt. So kann ich. Kann ich. Kann ich. Nein, Leute, warte. Los, bei dich. Ja, warte. Wir haben noch keine Zeit. Hm. Okay, okay. Und los. Da ist ein Raum und da ist ein Raum. Das ist mein Raum. Das ist dein Raum. Okay, ja. Okay. Aber das ist, wenn ich im Solo-Spiel, ist das mein... Ja, logisch. Ich wette mit dir, wenn du hostest, ist das auch dein Raum. Ich hab dich vermisst, Jürgen. Boop. Ja. Kammerjäger, ich hab Feuer in der Brust und eine Waffe in der Hand. Holen wir das letzte Schlüsselfragment zurück. Oh Mann, ich weiß schon, was passiert. Was soll ein Pulverkeller sein? Oh, er wirft die Scheiße. Das ist, wo wir das unverkennbare Schwarzpulver in Fässern reifen lassen. Mein Vater muss das Fragment in einem der großen Reserve Schwarzpulverfässer versteckt haben, bevor die Kalypsos kamen. Clay kennt einen Geheimgang hinein. Geh zu ihm. Wir müssen sie in die Zange nehmen. Während du in den Keller eindringst, schleichen Alistair und ich an den Fanatiker-Wachen der Harpie vorbei. Heute Nacht holen wir uns Jacobs zurück. Hört, hört. Sobald du bereit bist, findest du mich am Wasserfall. Ja, das Kälte. Ich bin schon mal da, ne? Okay. Wie wissen Sie schon da hin? Portet. Portet. Sie muss für ihre Verbrechen bezahlen. Aber sie ist immer noch meine Schwester. Wenn ich sie persönlich sprechen würde, könnte ich sie vielleicht dazu bringen aufzugeben. Es gab genug Blutvergießen. Hä? Was ist ihr denn jetzt hingeflogen? Er ist gerade einfach weggeflogen. Okay. Dann mal los. Jetzt hole ich immer eine Karre. Nicht schon wieder. Oh, ich stehe da. Oh, scheiße. Was denn? Festgestattet. Egal. So, was machen wir jetzt? Folge Clay. Guck nochmal, wo ich hin muss. Guck nochmal, wo ich hin muss. Ah, pass auf Kammerjäger. Ah, da ist es nicht mehr. Badass Zuschauer in deiner Nähe. So. Oh. Badass Zuschauer. Wo denn? Badass. 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 Yeah, let me watch you. Das stimmt. Warum bin ich eigentlich ausgestiegen? Was wird denn da ne Knarre ey? Scheiße. Der macht mein Auto kaputt. Ist der? Den ich sehen gar nicht auch? Der ist hin. Der ist hin. Mein Auto ist kaputt. Ok. Ich geh zu Fuß. Ja? Wo zur Hölle fährst du hin? Ich wollt mal gucken wo's hier hingeht. Achso und wo geht's denn? Ist das ein Geheimnis? Nein. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da. Zurück und dann rechts. Wo ist denn da? Da wo? Mach mir so langsam. Ach toll. Hier muss man sowieso absteigen. Ist ja ärgerlich. Bin ich hier richtig? Wieso? Ich bin hier richtig. Geh jetzt hier so. Oder ist das unten drunter? Ach lol das unten drunter. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Verdammt. Hey Clay. So. Was hier? Da wären wir. Da wären wir. Geheimgang hinter dem Wasserfall. Der Klassiker. Der Klassiker. Der Klassiker. Die Jacobs Familie liebt ihre Geheimnisse. Dieser Gang führt direkt unter dem Anwesen hindurch. Immer locker bleiben Schlitzohr. Ich wette mit dir drittes Schlüsselfragment und Kammer und dann müssen wir ausmachen. Wieso? Ja wie gesagt wir machen nur noch eine Folge. Ach so. Ja. Aber dann fangen wir beim nächsten Mal direkt cool an. Ja. Der Gang sollte direkt in den Pulverkanal führen. Das Fasslieferrohr ist ganz in der Nähe. Bewege. Bewegung und pass auf wo du hinschießt. Wir bitten jetzt auch den Einklick Einkauf an. Mach deine Waffe. Undere Waffen auch. Spüre die Blutgeier. Boah. Die ist geil. Das gefällt mir. Boah. Nice. Ja das gefällt mir. Oh Iridium. Ja hol es. Boah ich hasse Tings ne. Die sind so klein. Die sieht man nicht wenn die hinter einem stehen. Boah die macht echt viel Korrosionsschaden. Finde das Fass. Wir nutzen alte Schnapsfässer um jedem Schuss aus einer Jacobs Waffe das unverwechselbare Aroma zu wo ist der. Das unsere Kunden so schätzen. Bei mir. Oh. Ja. Ja. Oh hier ist ein Tap Trash. Oh. 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 Das ist doch voll cool das die Schwarzpulver in Eichenfässern lagern. Ja das macht Sinn. Ja damit das Aroma hat beim Schießen. Genau. In Eichenfässern in den vorher Wein gereift. Ja. Oh. Hast du noch ein Geheimnis irgendwo? Oh. Eine rote Kiste wäre halt nice. Aber. Ich glaube. Ich glaube nicht. Ich glaube es gibt keine roten Kisten mehr. Wir haben die rausgepatcht. Achso. Ah warte mal. Hier ist ein Typhon-Lock. Oh ja. Wo kommt man denn da hin? Verdammt. Ich habe die Kammern ewig gesucht konnte aber nichts finden. Ah ich habe so eine Idee. Was ist denn das hier? Komm schon. Das muss gehen. Naja so komme ich nicht hoch. Kammerjäger sichere den Raum. Das Schlüsselfragment darf nicht in die Hände der Fanatiker fallen. Ich bin da. Alter. Ja ich spiele halt immer jetzt. Ich mag Explosionen. Aber wir kommen alle an das Lock. Was für ein Lock? Das Typhon-Lock oder hast du das geholt? Das habe ich ja schon lange. Achso. Ich werde mal geschossen. Was war das denn? Huch. Wer schießt? Wer da was schießt denn da? Okay. Was passiert? Nix. Ich habe einem im Kopf geschossen, er ist einfach explodiert. Was machen die öfter? Oh hier ist ein Tünderer Psyche. Falko. Guck mal. Wo ist er? Ja alles ist er weg. Der war aber rucki zucki weg. Ja der war schon länger der. Achso schade. Kammerjäger. Du musst nur die Anforderungstaste bei dem Lieferrohr da drücken und die Röhre neben dir öffnen. Wir kümmern uns hier um das. Ach. Ja mach mal. Ich habe nicht zugehört. Die Amplitur hier zurückfahren. Boah ich bin wieder tausend schnell. Wenn meine Schwester uns findet, das Rad auf Törtchen stellen, an der silbernen Kette ziehen und los geht's Kammerjäger. Törtchen? Das Rad auf Törtchen stellen. Warte irgendwo hier. Warte da. Warte ich mach schon. Okay. Aua her. Inkorrekt. Verdammung. Oho. 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 Super. Noe. Oho. 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 ist das so bei mir nicht mehr hat der grüne kacke gedroppt die verstecken sich immer warum gehen die denn neuerdings in deckung ist das war's für dich da hab ich mir wieder selbst erzählen ja ich bin gerade ganz woanders am fighten es reicht mir mit der blick wirst du hast doch noch einer und es sind viele wo kommt ihr hier wer der sexe keine granaten mehr super doch ich hab wohl noch granaten keine ahnung was das war ich bin 2000 schnelles jetzt extra durch die flammen gelaufen grünes weinwright ja kannst du was für das anfangen wo ist es ich habe die große reserve was habe ich gesagt kinderspiel das schlüsselfragment müsste da drin sein also komm weg das nenne ich teamwork jetzt können wir die kamer hier wow mit sicherheit kann ich mit was anfangen ich kann es nur noch nicht tragen ja warte mal voll krass es ist auch ein hyperion alter es sind alle werte einfach besser als meine alle okay nice ich glaube wir müssen da hoch kammer öffnen so ist im brennraum die kammer oder was passiert auch jetzt jetzt auch hier alle brauchen ich weiß mich schon zusammen ne eins fehlt uns tatsächlich noch schadi Alter! Oh, da oben ist einfach auf die Kiste. Oh, das ist das Klaus. Nice. Wir kommen mal da hoch, Stefan. Ich weiß nicht. Hier über die Kisten wahrscheinlich. Eins, zwei, drei, öffnen! Und... Wow! Da hab ich was ploppen gehört. Ein epischer Raketenwerfer. Ich hab nen epischen... Bestienmeister. Raketenwerfer. Nee, Klaasmod. Kannst du mal fallen lassen. Und mal wieder ein Scharfschützengewehr. Ja. Was ist los mit dir? Um fast so überschaffen zu werden. Das ist so unnötig, ey. Mein Inventar ist gleich wieder voll. Wie kann mein Inventar wieder voll sein? Oh, ist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Ist vor allen Dingen auch für meine Skillung ganz cool. Ja. So. Oh, hier unten ist auch noch ne Waffenkiste. Oh. Wo ich grad bin. Das ist aber auch nur Bullshit. Also nur ne normale Waffenkiste. Oh, ne. Ich ruhig gleich jetzt mit, ey. Ich stehe hier wieder raus. Oh, so. Einfach rausspringen. So. Guck mal. Der hat nen Fernseher auf dem Kopf. Jo. Frostfight. Nein. Okay, dann kann ich ja da runter springen. Du hast gesagt, nein. Jetzt bin ich ja runter gesprungen. Hier ist noch ne Waffenkiste. Warte, ich bring mich gleich wieder selber um. Du hast deine Nase für Schätze, wie ich sehe. Ja. Machst du da oben? Ich muss mich selbst umbringen. Oh. Oh, ist das? Oh doch. Okay. Verschwinde, Alistar. Ich wette, wir müssen gegen die Fighten jetzt. Wenn du Wainwright töten willst, dann heißt das... Ey! Ja, ich weiß. Die können natürlich den Hammerlock töten. Ja, die hättet ihr ja nicht getötet. Gold ass eyes. Die müssen jetzt killen, oder was? Ähm, ich brauch noch ein bisschen. Oh ja, mach mal. Scheiße, ich hab nix mehr mit Korrosion ausgerüstet, glaub ich. Das ist... Ah, doch, hab ich. Hab ich. Ja, einfach nur um die Rüstung runter zu kriegen, ne? Mein... Mein... Mein Pad sitzt... Das ist doch... Das ist Schild, Chris. Ja. Ja, das hat nichts mit Korrosion zu tun. Das ist, äh... Hier. Schock. Ja, oder Schock. Ah, ich hab auch nicht mit Schock. Auch da. Mein Pad saß grad bei dir auf dem Kopf. War lustig. Aber du hättest eh gleich schon ein Schild runter. Ja, eben. Wo ist sie? Wo ist sie? Da hinten steht sie. Ich hab aber mein Schild auch grad runter. Das ist nicht gut. Jetzt gerade, oder was? Wow, die hat mir grad gut eine gegeben. Ich bin tot. Hilfe. Wie ist die Moon? Ey, hier ist kein Mob. Ah doch da. Ich kann dich nicht heilen. Ich bin tot. Oh, okay. Ich leb wieder. Kannst du mich heilen? Ja, haha. Ich versuch's grad. Wie ist die Moon? Wo bist du? Mal guck dir auf die Karte, ey. Alter. Ja, ich hab's nicht. Ich muss mir selber erstmal in Sicherheit bringen, ey. Ich hab's nicht, was ich machen soll. Bei mir nicht. Ich kann auf die Schießen. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Na jetzt grad vielleicht. Alter. Boah. Ach, ich hab Clio. Ja, gut. Da ist die vermutlich Moon gegen. Das war's egal. Wo muss ich hin? Ach, da oben steht die in der Mitte. So, jetzt pass auf. Wozu fickt du sich hin? Ach, hier. Boah. 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 Was muss ich denn machen? Boah. 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 Mal gucken, ob hier irgendwo... Boah. Energie rumliegt, ey. Wieso kann ich dich auf die Schießen? Oh, so, wenn ich auf die schießen, verliert die Energie. Ich kann dir nicht anvisieren. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da. Alter. Du hast meinen Dank. Boah. Ich muss hier ganz schnell weg. Verdammte Kacke. Naja. Ich brauche dringendst Energie und ich muss mal ein bisschen... Mein Schild sich wieder ein bisschen auflädt. Das ging alles immun, ey. Ah, jetzt. Das ist gut, solange die mit dir beschäftigt ist. Habe ich hier hinten Ruhe und kann von hier hinten auf die schießen, ne? Ist gut. Was ist denn da? Ach, vielleicht musst du mit einer Jacobs Waffe auf die schießen? Keine Ahnung. War nur so eine Idee. Weil ich... Ich schieß die ganze Zeit mit einer Jacobs Waffe. Soll dir zur Story passen. Oh nein. Jetzt magst du mich wieder. Aber jetzt bist du weg. Level 30. Juhu. Boah, da komm ich viel Waffen. Guck mal, wie viele Waffen da getroppt sind, ey. Legendary, Alter. Ich nicht. Mann, das ist so unfair. Was ist denn hier alles getroppt? Oh, Alter. Was ist denn hier alles getroppt? Alles sind so Schilde. Aber die sind alle besser als meinen. Aber ich will dir mein Schild nicht, mein schönes Schild nicht aufgeben. Mal gucken, ob ich irgendwas im Inventar habe, was ich benutzen kann. Na, Waffenskin. Ich will mir noch verdienen. Schon bekannt. Okay. Wegschmeißen. Aber alle Scheiße, die Schilder. Schon bekannt. Schon bekannt. Ich mach mal mit. Ja, das ist alles nix tolles. Bei mir ist kein Legendary getroppt. Was haben wir denn hier? Ohne Pinata übrigens. Frozen Heart. Mir ist kalt. Juhu. 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 Jetzt glaub ich ja noch mal. Hast du das Item ausgetauscht? Ja. Mhm. Juhu. Mh. Mal grade hier gucken. Mal von fünf. Vier müssen drei rein. Waffen-spannen. Juhu. 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 Juhu.